hallo leute hier im video sechs location wo ihr die muskellunge fangen können die erste hier ist bei brandywine dort dort hat sie einen spezial see köder verwendet ihr könnt aber auch genauso gut den normalen see köder verwenden der geht genauso die zweite einstellung die nachher noch kommt da hat sie den normalen see köder benutzt das ist jetzt hier mit playstation 4 gewesen und nachher kommt noch eine einstellung mit xbox also hier nördlich von annesburg und hier haben wir vier location bei fanhorn und die erste die wir hatten brandywine dort und dann die zwei sehen ganz oben links ist wapiti reservation dort findet ihr auch muskellungen und das ist jetzt hier mit xbox das war auch heute früh da hat sie die muskellunge aus den ovangila see geholt mit normalem see köder funktioniert auch und so steht es auch in der beschreibung see köder oder spezial see köder könnt ihr benutzen ist kein thema und jetzt kommen wir zu den location bei location die letzten zwei sind dann natürlich der ovangila see wie wir gerade gesehen haben oder nördlich von strawberry wesentlich nördlich von strawberry der lake isabella dort wo in der story der weiße araber zu finden ist und ich sag jetzt mai ciao